Ich habe die Weise gewonnen für Schweden, 50 Jahre, Damba-Jubiläum und es ist für mich wirklich toll. Ja, weil ich den Tagespreis auf der Bauma 2016 gewonnen habe. Ich habe auf der Bauma die Bestzeit gewonnen. Dadurch habe ich meinen Ticket gewonnen. Das schaffen wir schon. Ich habe den Ticket gewonnen. Ich weiß ja nie, ich weiß ja nie. Ich habe den Ticket gewonnen. Ich habe den Ticket gewonnen. Ich habe den Ticket gewonnen. Zack, zack, zack. sag, zack. Ich habe den Ticket gewonnen. Vielen Dank. Wir sind in Schweden im Damperwerk und können zugleich die ganzen neuen großen Maschinen testen. Wir sind in Schweden. Wir sind in Schweden. Wir sind in Schweden. Wir haben eine Werksbesichtigung gemacht. Das war interessant. Der reibungslose Ablauf, wie das eigentlich vom Stück Eisen bis hin zum fertigen Dampfer von der hinteren Türe rausfährt. Das ist beeindruckend. Der Leiter der Führung hat uns immer wieder erklärt, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass sie auf den Menschen Rücksicht nehmen. Ohne den Menschen würden die Maschinen ja gar nicht so toll funktionieren. Man hat einfach gesehen, wie die Maschinen aufgebaut werden, dass Volvo auch wirklich alles selber macht. Das war ein Kräfte am Werk. Also, Wahnsinn. Mit den Vorführern, die kennt man ja inzwischen auch sehr gut. Die sind sehr gut drauf. Wir haben es sehr lustig. Also, ich war positiv überrascht von den LKWs. Also, hat mir sehr gut gefallen mit dem grossen Berg, den man hier im Hintergrund sieht. Das hätte ich nie gedacht, wie gross das hier ist und was alles hier steht, zum Testen und zum Probieren und das hätte ich nie geglaubt, was so gross ist. Der ist schon sehr beeindruckend, diese Masse, die bewegt, wie präzise man das dann doch durchs Gelände fährt und wie Kraftwohl der da durchzieht. Ungewohnt, weil man das erste Mal drauf gesessen hat, aber ein geiles Gefühl muss man einfach mal gemacht haben. Prima! Sonderes Mal! Super! Geiles Ding! Das ist der Hammer, das Teil, das ist so brutal. Wirklich die besten Lürn von der Welt. Wolf hat uns wieder einen unvergesslichen Tag geboten. Das wird mir lange in Erinnerung bleiben. Das ist der Hammer, dafür, dass ich das gewonnen habe. War ein toller Tag. Gestern ein toller Tag erlebt und heute ein toller Tag. Wirklich so. Der Tag war zu kurz. Aber schön. Gewaltig, es ist gewaltig hier. Es ist ein Erlebnis, das mir sicher lange bleibt im Kopf. Es waren alles gute Leute. Ja, wirklich eine super Gruppe. Es sind super Leute, alles sehr lustig. Wie kannst du hinten oder hier platzieren, Kollege? Super! Viele kenne ich ja, fast alle kenne ich ja. Man trifft sich auf Messen, man trifft sich ja immer wieder. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, also ich würde gerne wieder mitgeben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Beziehung. Ich bin auf Denise.